Was sind Nasenpolypen? Nasenpolypen sind nicht krebsartige Wucherungen, die sich aus weitgehend unbekannten Gründen spontan in Nasengängen bilden. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen Polypenbildung und allergischer Rhinitis, aber eine laufende Nase allein löst diese nicht immer aus. Einige medizinische Experten schlagen einen Zusammenhang zwischen Infektionen der Nasenebenhöhlen und der erhöhten Wahrscheinlichkeit der Polypenbildung vor. Andere schlagen jedoch vor, dass sich die Mehrheit Idiob